Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Landwirtschaft Simulator 15 mit mir Ben Hoshi. Ja, das ist ein Sauwetter hier. Konnte gerade noch alle Maschinen so weit in Sicherheit bringen. Nicht, dass die auf dem Hof da rumstehen. Oh ja gut, mein kleines Bobcat hier, mein Kompaktlader steht ja hier gut geschützt. Also würde das nicht hageln, sondern nur regnen, hätte ich ja gesagt, okay, dann geht man jetzt schnell die Autos waschen oder die Traktoren waschen. Aber so ist echt traurig. Ja gut, ich meine, was wir machen können ist, nochmal gucken, ob sich die Preise jetzt hier irgendwie geändert haben für Raps zum Beispiel. 1.160, er ist leicht nach oben gegangen, obwohl er hier gleichbleibend anzeigt. War vorhin noch auf 1.159 Euro pro Tonne. Ja gut, Zuckerrüben, naja, Preis geht runter, Weizen geht runter. Das ist alles nicht so, das wilde Ding. Ja, ansonsten, Wetterbericht, die Wettervorhersage sagt für heute ja, ja, Hagel an. Aktuell gibt es beim Maschinenhändler, also, Pöttinger Hit, 10% billiger kaufen, Wetterinformationen finden Sie beim Händler. Hm. Naja. Bergmann, ja, das ist, komisch, das hatte ich doch aber letztes Mal auch schon. Hm, naja, nee, Wetterbericht, wie gesagt. Heute ist, also, hier ist, äh, Samstag, hier ist Sonntag. Ja, vor, 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 mein Gott, was ist denn heute los? Vorläufig kein Regen weiter, außer heute, hm, naja. Ja, äh, hm, ja. Ah ja, naja, ich hab ja keine Hühner. Tja, meine ganzen Traktoren stehen auf dem Hof. Sind noch schön beim, ja, palum, palum, palum. Sind alle noch im Wachstum. Ja, hier sieht man auch, ich hab's, äh, hier ist es ein bisschen erweitert. Ich hab auch hier oben, hab ich auch nochmal ein bisschen erweitert. Weil es war ja ursprünglich nur bis hierhin so ungefähr. Pi mal Daumen. Und ich hab's jetzt halt nochmal ein Stückchen erweitert. Okay, hier sind noch... Okay. Was seh ich jetzt erst? Hier sind noch Felder bepflanzt, äh, ist nur Gerste drauf. Hm, naja. Was soll's? Wachstum, ja, Fruchtsorten, ja, hatten wir schon. Ja, Produktivität ist natürlich nichts, ist klar. Erfüllte Mission hab ich auch keine Spieldauer. Wird eine Stunde neunzehn? Gesamt? Ja, also gesamt schon 10 Stunden, 47 Minuten. Also das ist schon, hm, ordentlich. Helfer eingestellt, momentan keine. Gefundene Goldmünzen. Jetzt gar keine. Gesamt 100. Ja. Ähm, ja. Geerntete Flächen, bla bla bla. Erntedauer, bla bla bla. Äh, ja. 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 Was soll's? Äh, ja, das war's auch schon soweit, was das hier angeht. Wetterbericht, naja, okay. Meine Betriebskosten, wie Finanzen und so weiter, Kontestand 14.000. Eieieie, warum hab ich nur so wenig? Ich hab von nur 17. Hm, naja, egal. Gut, äh, ansonsten bleibt mir das anderes übrig. Äh, bei dem Wetter. Werd ich wohl wohl wahrscheinlich. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaub, ich werd mal zum Trecker sprinten. Der sieht aus, ey. Abgekoppelt, so. Denn, wohin wollte ich denn jetzt eigentlich fahren? Irgendwas wollte ich da jetzt machen. Ja, so lichtern machen, da hängt, äh, das Ding hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, dachte ich, da vorhin da hinten, da der Leuchtturm, äh, ist ein Ufo. Dachte ich, weil es so mitten auf dem Feld auf einmal war, aber nein. War kein Ufo. Haben sie einfach, also ist einfach nur ein bisschen sehr blöd gemacht. So, jetzt guck ich nochmal ganz kurz. Das war jetzt Raps bei der Transportfirma. Okay. Weizengerste, Raps, da haben wir ihn doch. Da verhagelt's mir doch die ganze Ernte, ey. Das ist doch alles nicht schön. Gut, der ist voll. Ja, das hackt jetzt natürlich alles so ein bisschen hier rum, weil ich halt das Licht anhabe. Obwohl mich das auch ein bisschen wundert, weil eigentlich musste meine K3 mit Super zurechtkommen. Und der Rechner an sich genauso, aber naja. Das ist der Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm. Da wäre hier natürlich ein Spiegel nicht schlecht. Oder irgendwie eine Ampelanlage, die mir dann sagt, irgendwie, ja, okay, du bist da. Aber nee, das wäre so nicht. Das ist der Leuchtturm. 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 Also der Leuchtturm ist hoffengeklaut. Tja, soll halt passieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm schon. Genau. Ja, aber da freue ich mich schon, wenn ich denn wirklich mir einen Server... Ups. Wenn ich mir dann wirklich einen Server dann hole, für den Landwirtschaftssimulator und der dann auch durchgehend läuft... Ja, da warte ich ja auch nur noch drauf, dass ihr mir irgendwie was sagt, wer Interesse hätte, auf längere Zeit auch mal zu spielen, beziehungsweise auch dann mit aufnehmen und so weiter. Ja, da wird's ja dann genauso sein. Ja, da regnet's dann und ha und tralala und dann kannst du hier stundenlang nicht wirklich richtig was machen. Außer natürlich denn, äh, ja, wie gesagt, die Felder schon mal irgendwie düngen oder drubbern oder oder oder. Also das wird dann richtig lustig. Ja, zu dem Server wäre zu sagen... Ich wollte's ja schon zum eigentlich ursprünglich, zum 1.7. wollte ich mir schon einen Server holen. Problem war, dass, wie gesagt, sich niemand gemeldet hat, wer Interesse gehabt hätte zu spielen. Und, äh, wenn sich natürlich niemand meldet, naja, dann, ähm, muss ich natürlich auch keinen Server holen, ne? Äh, äh, verständlich. Deswegen, jetzt ist halt der nächste Plan, das halt so zum 1.8. Server ist, wenn sich Leute melden. Ja, ich meine, äh, für, zum Beispiel World of Warships haben sich ja schon einige gemeldet. Äh, müsste ich eigentlich nur mal, äh, mich mal bei denen zurückmelden. Ja, irgendwie hab ich das, äh, immer wieder im Hinterkopf, aber ich schaff's einfach nicht, von der Zeit her. Also, falls jemand, äh, dabei ist, der mir bei World of Warships, äh, World of Warships, halt auch schon geschrieben hat, der mit mir zusammenspielen will, es tut mir vollständig leid. Wie gesagt, ich hab's, wie gesagt, immer im Hinterkopf, aber ich vergesse ständig, euch denn zu antworten. Ich verspreche, aber ich werd mich drum kümmern. Weil bei World of Warships ist es halt so, dass ich ja mit den Leuten, äh, auf den Games, also auf den Servern von World of Warships zusammenspiele. Und hier wär's ja dann so, dass ihr dann auf, äh, auf meinem Server denn seid. Was wir denn unter uns sind. Also nix mit online oder irgendwie, äh, hier Multiplayer-mäßig, ja. Aber nix, äh, über LS hier irgendwas. Ne, das wäre dann halt über die Dedicated-Server-Software irgendwie da, wo war Wumms. Also schon was Besseres, hoffe ich. Man hört ja auch so einiges bei den Servern über die Stabilität, also. Aber naja, so ist es halt. So, laden wir noch einmal voll. Ja, aber im Endeffekt war's das dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Interesse habt, mit mir den Landwirtschaftssimulator 15 auf dem eigenen Server zu spielen. Würde mich riesig drüber freuen. Ebenso, wie gesagt, schaut, äh, in meine andere Let's Play rein. Lasst mir immer ein Däumchen nach oben da bei den Videos. Und abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal. Würde mich noch mehr freuen. Gut, also, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Euer Ben Oschi. Bis zum nächsten Mal.